Weil dieser Drecks-Media-Mod nur Scheiße baut und für den Scheiß habe ich 100 Euro mehr gezahlt. Und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Gottverdammte Scheiße. So ein Dreck. Ich habe gar keinen Bock mehr. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ihr fragt euch bestimmt gerade, was macht der Spaß hier in Gräfelfeng? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Ich kann das erklären. Wir machen uns auf den Weg zur Neuperlach. Ins Pep. Weil ich muss Socken kaufen. Aber weil der Weg bis Neuperlach eine halbe Stunde dauern wird, laut Navi, schalte ich jetzt ab. Und wir sehen uns später. Und dann geht das Video auch regulär weiter. Alles klar? Alles klar. Jalla, haut rein. Oder nee, ich müsste eigentlich nicht reinhauen, weil wir sehen uns ja gleich wieder. So, der Plan war ja eigentlich, Socken kaufen zu gehen. Ich realisiere gerade, dass ich mein Portemonnaie noch hier habe. Das muss erstmal weg. Egal, während ich das jetzt einpacke, kann ich euch erzählen. Wie die Lage gerade so ist. Also, der Plan war es, Socken einkaufen zu gehen. Weil, wie unser weiser Monte schon gesagt hat... Socken kann man auch nie genug haben. So, wir waren jetzt im Pep und wollte ich Socken kaufen, bis ich die Schlange gesehen habe, die da war. Und ich dachte mir, Bruder, ich war safe nicht noch eine halbe Stunde jetzt, um da rein zu dürfen. Dann noch an der Kasse wahrscheinlich zehn Minuten oder sowas. Weil eh schon scheiß Wetter ist aktuell. Es tröpfelt schon ein bisschen. Bis ich da fertig werde, Bruder, komme ich voll in den Regenschauer. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Es sollte erst ab, ich glaube, 15 Uhr regnen. Wie wir sehen, es ist nicht 15 Uhr. Und nicht nur, dass das alles war. Aber nein, die GoPro macht jetzt auch noch Faxen. Ich habe gerade zehn Minuten versucht, die scheiß GoPro anzubekommen. Weil dieser Drecks-Media-Mod nur Scheiße baut. Und die GoPro manchmal nicht angeht. Dann erkennt die GoPro den Media-Mod nicht. Dann ist das wieder. Dann ist das wieder. Letzter Scheiß, der da produziert wurde. Konntet ihr nicht einfach alles wie beim alten lassen, GoPro? Nein. So ein Dreck. Deswegen muss ich jetzt durch den Regen nach Hause fahren. Sehr geil. Ich war übrigens immer noch nicht beim Mechaniker. Und jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt habe ich gar keinen Bock. Ich wollte gestern hinfahren. Da hatte ich gestern was zu tun noch. Dann dachte ich mir so, ja komm, heute musst eh viel erledigen. Eh viel hin und her fahren. Dann machst du es gleich noch zum Ende. Nee, jetzt safe nicht. Geht's nach Hause. Muss ich noch den Rest erledigen. Den ich euch zu erledigen habe. Dann ist Wetter eh letzter Rotz für den Rest des Tages. Danke. Danke, Mönchen. Was habe ich dir getan? Du hast gesagt, es regnet erst um drei. Nicht um zwölf. Es macht auch richtig Spaß, mal so zu fahren. Vor allem, weil die GoPro ist halt dadurch, dass dieser geniale Media-Mod drauf ist, ist die GoPro ja nicht mehr wasserdicht. Im besten Fall geht sie jetzt kaputt. Im besten Fall ist sie schon kaputt und ich labere komplett unnötig hier rum. Von daher meine Kaufempfehlung. Holt euch nicht die scheiß GoPro Hero 8. Holt euch die 7er. Ja, es sieht nicht so geil aus mit diesem Klotz, der an der Seite ist, aber es macht einfach mehr fucking Sinn. Weil wenn er nicht erkannt wird, wisst ihr, was ihr dann macht? Dann stöpselt ihr das ab und stöpselt es wieder dran. Wisst ihr, was ich mache, wenn mein Media-Mod nicht erkannt wird? Ich muss die GoPro vom Helm runternehmen. Da muss ich meinen Imbusschlüssel suchen. Da muss ich die ganzen Schrauben rausdrehen. Da muss ich den Media-Mod öffnen. Die GoPro rausziehen, zum Akku gehen, weil der Akku hat sich wahrscheinlich gelockert. Den Akku einmal rausziehen, Akku einmal wieder reinschieben, wieder eine Media-Mod rein, wieder Imbuss zudrehen, hoffen, dass der Winkel passt. Anmachen, hoffen, dass der Media-Mod erkannt wird, was ja meistens nicht wird beim ersten Mal. Weil du musst dann immer an- und ausschalten, ne? Das alles. Anstatt dass ich einfach das Kabel rausziehen und wieder reinstecken. Und für den Scheiß habe ich 100 Euro mehr gezahlt. Und das Beste daran ist natürlich, sie wird einfach dadurch nicht mehr wasserdicht. Der alten GoPro ist das scheißegal. Die hat so eine kleine Tür und dann machst du das. Und es ist scheißegal, was ist ja alles abgeriegelt dadurch. Bei der jetzigen, bei der Hero 8, nö. Bruder, einfach scheiße gelaufen, wenn jetzt Wasser da reinläuft in die Batterie oder sowas. Wird mir stinken, dass du dir nochmal eine GoPro für 400 Euro kaufen musst. Ich hoffe auch nicht, dass jetzt ein Regentropfen auf dem Bildschirm geknallt ist, weil ich habe schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, die Linse sauber gemacht. Aus dem Grund, dass überall Fliegen geklebt sind. Und irgendwas sagt mir, dass das gar nichts gebracht hat. Weil jetzt ein fetter Regentropfen wahrscheinlich mitten im Bild ist oder sowas. Beste Leben durch den Regen zu fahren, ja? Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das macht richtig Spaß. Das taugt so richtig. Ich komme jetzt nach Hause, ich bin komplett durchnässt. Und warum bin ich total durchnässt? Weil ich Apple vertraue. Weil ich dem scheiß Wetterbericht von Apple vertraue, der sich gefühlt dreimal innerhalb von einer Stunde verändert. Ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich fahre jetzt nach Hause, deswegen beendet das Video jetzt auch, weil ich muss dann nach Hause, muss kurz den Helm ausziehen, muss mich umziehen und dann mit dem Auto weiter. Und im Auto habe ich keinen Bock aufzunehmen. So ein Scheißdreck. Jetzt muss ich auf Amazon Socken bestellen gehen. Bruder, auf Amazon Socken. Gibt es das überhaupt? Und warum muss ich das? Weil die Leute nichts Besseres zu tun haben, Mann. Es ist Donnerstag, halb zwölf. Wie können so viele Leute Socken kaufen gehen, Mann? Und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Gott verdammte Scheiße. So ein Dreck. Ich habe gar keinen Bock mehr. Und jetzt regnet es nicht mehr. Was ist das für ein Scheiß? Jedoch, jedoch, es regnet wieder. Okay, okay. Gut, gut, danke. Wenigstens ist das Wetter konstant und es regnet überall. Ja, Jungs, kommt. Haut rein. Gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock. Ich gehe jetzt nach Hause und geschlafen. Ich mache gar nichts mehr heute. Heute ist vorbei. Heute ist der ganze Tag schon gelaufen. Es ist gerade mal Mittag. Tag ist schon am Arsch. Ich setze mich jetzt hin. Ich schneide das Video ganz in Ruhe. Ganz chillig. Denke gar nicht viel nach. Gar nicht viel reden, ja. Gar nicht viel reden heute. Und fertig. Dann mache ich das. Dann lade ich es hoch. Das Video kommt ja am Freitag. Dann dreht die Welt sich auch wieder, ja. Ich lege mich jetzt ein bisschen auf. Dann beruhige ich mich. Und die Welt dreht sich weiter. So. Danke, YouTube, fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Jalla. Tschüss.